Jutenhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft, die mit dem Licht tanzt. Nehme ich hier, unsere Gastdozentin Enlu, ihres Zeichens. Was ist das? Ja, Paladinen, genau. Was kann ich für euch tun? Nehmen wir zwar an, aber erstmal werden wir hier dem... Ja, gleich. Werden wir hier nochmal nach dem Jolzstaub gucken. Das heißt, wir müssen eben von diesen Kobolden ein paar vor den Nüffel hauen. Und vielleicht nochmal so ein Stück Metall-Erz-Farmen. Wäre auch nicht verkehrt, weil ich bräuchte noch zwei. Okay, dann guck mal da. Hauze, hauze. Heht doch. Fähig. Sehr schön. Und das Schöne ist, es gibt auch für das Berufe ausüben, gibt es Erfahrungspunkte. Ist das nicht prima? Ja. Jetzt geht es da erstmal wieder zurück, dann werden wir es abgeben. Und dann werden wir die nächsten Questen annehmen, weil wir wollen ja... Marvins Mutter, naja, ein Schick. Weih. Ich weiß nicht, dass wir es beenden. Okay. Das hat doch gerade eh nach... Na, wie heißt der denn? Morlou das? So, scheint ja nicht so wichtig zu sein, sonst hätte er sich schon gemeldet. Sehr schön. So, irgendetwas hatten wir doch hier noch. Die Stiefeletten, na richtig. Oh, Schuhe! Gut, da ist meine schicker, schöner, weil meine... ...können wir den Müll hier verkaufen. Schick, schick. Okay. Also anscheinend möchte er nicht, dann ist gut. Dann halt nicht. Halt. Ausspähen der Jaspis-Mine ist auf der anderen Seite von dem See. Kristallsee. Arschbombe! Äh... Achtung, Wülfe! Uff. Das ist zu weit entfernt. Ach du kacke. Klinge vor der Wiener. Hallo, streifst ich natürlich dann sofort auf den Rahmen aufgetreffen. Der hat einen Lüschtrumpf. Das wirst du nun davon haben, Meister. Kann ich in deine Einzelteile zerhinken. Ein Beutel! Wie geil ist das denn? Oh, komm raus da! Ich hole zu. Eito. Was ist das? Das war's für heute. Oh, wow. Ja, voilà. Da sind wir wieder ein Hochfinder. Ja, sag mal, haben die sich alle verabredet oder was? Oh, wow. Na, sag mal. Da sind wir in die falsche Richtung. Boah, ey. Wie viele Wölfe gibt es denn hier? Wollen wir doch immer sagen, die sind vom Aufsterben bedroht. Das ist ja völliger Quatsch. Oh. Sehr schön. Oh, die Dio, Mann. Oh, wow. Oh, die Dio. 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 Oh, was soll das? Du sollst doch geil gespielen. Oh, die Dio. Oh, die Dio. Oh, die Dio. Keiner zuhause. Hm. Oh, die Dio. 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 Okay. Okay. Also ich bin dafür, dass wir weiter ziehen. Ich bin ausgerechnet. Ich bin ausgerechnet. Ich habe hier auch noch öfters Maie. Ein bisschen Erz. Ich bin ausgerechnet. 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 Ich bin ausgerechnet.